Da ist es. Das Armada-Gebäude. Ja, das kannst du nicht verfehlen. Wir sind da. Basis an Käfer 2, hören Sie mich. Käfer 2 an Basis. Wo waren Sie, Major? Wir haben versucht, Sie zu erreichen. Die Pilsen danach sind Sie auf dem Weg zur Armada. Charlie und die anderen sind unterwegs. Verstanden. Käfer 2 Ende. Hm. Scheiße. Pass auf! Feindlicher Beschuss! Ja, war ja klar. Verdammt! Die blockieren den Weg! Ach, das werden Sie noch bereuen. Okay, das wird er ätzend. Zwei von diesen Arschgeigen. Zwei von diesen Arschgeigen da hinten. Ich habe da vorne gezielt. Meine Fresse, Kay! Sei nicht so ätzend. Ja, und ich laufe direkt da rein. Nicht so ganz ätzend. So, Sekunde. Ja, hast recht. Immer in Bewegung bleiben. Komm schon, dann! Bewegung, 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 Bewegung! So. Müssen erst mal die hier weg. So, alles klar. Nö, nö. So, jetzt kannst du sterben gehen. Ein Stück Dreck. Stirb! Ja, ich bin dabei. Ich arbeite schon dabei. Ja, du kannst wohl gang greifen. Los, greif an! Oh, kann nie mal einen erledigen. Wie immer muss ich alles alleine tun. So. Ah, traust du dich zu schiessen, du da hinten? Trau dich ruhig zu schiessen, los! Trau dich ruhig. Nein, traut sich nicht. So, nimm das. Ah, wo gehst du hin? Was soll das denn? Oh, China ist erledigt. Aber jetzt brauche ich Munition. Ich habe ja nichts mehr. Shit. Munition! Lass mich da hoch. Lass mich da durch. Lass mich da hin. Munition, schnell! Ah, wir haben die Zeit. Schnell Munition einkaufen. So. Ah, die Gegner sind so fair und warten. So. Sind echt nett. Okay, das ist Maschinengewehr. Das will ich wieder haben. Dankeschön. So, tschüss. Mach's mal nett. So, jetzt bist du dran, du Stück Dreck. Hä, was soll das? Halt's Maul. Bitte nerven Sie in die Promen. Dankeschön. So, wie sieht's aus? Ah, nur noch du. So. Tü, 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 tü. Schön drauf, Ballon. Schön drauf, Ballon. Du hast keine Chance. Na, Kampf kannst du nix. Tschüss. Ah, die sind weg. Hier kommen noch die nächsten Spielgefährten. Ja, die werden erledigt. Äh, ne, nicht wirklich. Na, wir haben noch endlich Munition. Okay. Hacken, oh. Ja, dann mach. Nicht lange rumlabern, mach. Verstecken, okay. Ja, mach mal. Okay, wir verstecken uns. Ja, hier. Ach, okay, da drüben. Alles klar. Warte, feine Herr. Er will sich lieber da hinten verstecken. Alles klar. Ja, dann laufen, 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 laufen. Schnell, 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 schnell. Laufen, laufen, laufen. So. Ah, ist ein echt gutes Versteck. Hier gibt es kaum Deckung. Na, mal schauen. Hm. Wird noch angerufen. Ein Fax geht durch. Cool. Du bist ganz schön praktisch, Kane. Super. Super. Ja, alles klar. Ja, das muss ich tun. Okay, das wird ja cool. So. Wer ist gar nicht im Ballon hier rum? Wo sind die? Da. Was ging daneben? Ach, du Scheiße. So, nimm das. Musst nachladen. Tü, 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 tü. Der hält so viel aus. Der hält so viel aus. Ach, du Scheiße. Und ich hoffe, das Geschütz hält auch so viel aus. So. Okay. Kümmern wir uns einmal um die. Die Nerven. Halt's Maul. Der ist weg. Du musst einmal weg. Du musst weg. Da, wer sind noch hier? Schnauze. Hör, was machst du denn hier? Was war das denn? Ach so, das sind die. Wacht, das wären die Rautis hier. Bäm. Bäm. Ah, da ist es. Genau. Nö, ich will. Lass die Finger weg. Ich dachte, nur ich darf. Oh, shit. Das kann man überraschen. So, ich muss einmal weg. Kann ich mich bewegen überhaupt? Ich kann mich nicht bewegen. Oder? Ach, keine Ahnung. So, da ist einer. Wo höre ich hier noch wen? Da, direkt vor mir. Alles klar. Ich arbeite dran. Ich arbeite dran. So, stirb. Keine Verstärkung mehr herbringen hier. Ah, wo sind hier welche? Da ist wer. Und wo noch? Links, rechts, links wie? Wat, wo? Da sind welche. Ach du Scheiße. Oh, da musst du erst weg. Keine Rakete hier. Okay, die halten so viel aus. Da ist noch ein Nerviger. Da ist noch eine Fliege. Da ist noch ein Ungeziefer. Oh, da ist noch eine Kakerlake. Steh ab. Oh, so viel Gewackel. Oh, was machst du denn da? Toll. Nein. Okay, was ist eigentlich das Ziel hier? Oh, nicht gut. Ja, das ist echt nervig. Und die machen hier auch nichts. Also, sie könnten ruhig auch mitschießen, aber nein. Die chillen lieber. Also, die anderen zwei, den nicht. Den muss er steuern, aber die anderen zwei. Das sind echt die Besten. Okay, wo bist du denn? Wo ist das Stück Dreck? Was er immer wieder Verstärkung holt. Ach du Scheiße, die sind schon so nah. Holy shit. Komm schon, schießen. Ja, nicht gut. Ja, nein, wirklich. Ja, könnt ihr auch mal mitkämpfen. Ja, hört nicht mehr viel raus. Ganz toll. Hä, was sind Grandlancer, wie sie faschen? Ach du Scheiße, und wir sind so beschädigt. Ja, das überleben wir nicht. So, das überleben wir nicht. So, geh drauf. Oh, der lebt immer noch. Ja, ich weiß. Der hält einfach so viel aus. Ich kann ja nichts weiter tun. Wow, und das Gewackel ist auch überhaupt nicht nervig. Oh, oh. Oh. Ich bin so ungescheitert. Okay, er kann jetzt sterben. Schön. Oh, ist das hetzend, ey. Diese Teammitglieder, die sind so nutzlos. Außer Kane. Aber die anderen zwei. Sie können ruhig von da hinten hinaus auch mitballern. Auf die Einzelnen, aber nein. Nein. Wir müssen hier echt alles tun. Und dann regnen die sich doch auf, dass es hier noch schnell genug geht. Ach, meine Fresse. So, das machen wir jetzt hier ein bisschen effektiver. Auf die Motoren. Ach, das geschieht doch recht. Ja, der freut sich. Auch wenn sie hier nichts macht. Aber sie freut sich. Ah, warte mal. Geh weg. Da will noch einer was. So. Ah, es ist nervig. Ja, wo ist denn hier wer? Was, sie könnten auch mal ruhig sagen. Da, links, da, Norden, Süden, Osten. Da ist hier irgendwas los. Aber sie sagten gar nichts. Die sind so nutzlos. Ah, es kriegt echt auf. So, Paladin weg. Komm schon. So. Bewege dich mal bitte da weg. So. Nachladen. Los, geh fahren. Okay, wo? Ungezieht vorst du ab. Bitte sterben Sie. Ja, das Ding hat es echt drauf. Das Einzige. Hä, was ist los hier? Was passiert denn hier? Wer greift mich hier an? Okay. Ah, was ist denn hier los? Wo ist denn hier das Luftschiff? Okay. Keine Ahnung, was hier passiert. Hauptsache, gewackelt. Gewackelt. Ist das neue Vibration. Genauso nervig. Oder ne, noch nerviger. So. Als Vibration. Schnauze. Oh shit. Noch so einer. So, stir. Gut. Schnauze, schnauze. Ach so nervig. So, wo sind die Nächsten? Ah, und an die Stelle konnte ich mich auch nicht mehr erinnern. Okay, Luftschiff. Oh shit. Was soll das denn? Ach so, das ist das. Alles klar. So. Ah, ich sehe nichts mehr. So. 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 Schnauze. Hat er überlebt? Der hat überlebt. Der hat jetzt nicht mehr. Spreng sie alle bis in die Hölle. Ja, halt's Maul. Du hast nichts zu sagen hier. Wenn ich mitkämpfe, habe ich kein Mitspracherecht. So, ist vorbei. Kein Mitspracherecht für euch. So, okay. Wenn ich mal einen Gegner in meiner Größe. Das ist echt nett. Das ist richtig cool. Und der hat verdammt viel aus. Genau. Schöner Feuerkraft. Ja, warum das hier an dieser Stelle runterging. Das ging einmal komplett hoch und einmal komplett runter. Warum auch immer. Obwohl ich hier nichts gemacht habe. Das werde ich auch nie verstehen. Oh, ist kaputt. Haben wir es jetzt geschafft. Die Scheiße hier. Mann, Mann, Mann. 42.000. Schön. Da war noch einer. Geil. Wir haben es geschafft. Ja. Das will ich überhört haben. Wie das meiste, was aus deinem Mund kommt. Okay. Wir sind bei Amada. Oh, wir sind schon vorgelaufen. Was machen wir jetzt? Ja, was wohl? Wir jagen es mit der Haubitze in die Luft. Das war klar. So. So. Na, wir haben hier viel rangeklopft. Und jetzt dürfen wir rein. Und jetzt werden wir uns. Okay. 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 Ich habe das Gefühl. Ich werde sofort weg. Dann werden Sie sich auf dem Anmada-Sexüge auf dem Anmada-Sexüge. Das ist mein Schwerpunkt. Was ist das für Anmada-Sexüge? Das ist der Anmada-Sexüge von der Anmada-Sexüge. Das ist der Anmada-Sexüge. Ich habe das Leben und erledigt. Aber ich habe das Leben und verletzt. Das ist der Anmada-Sexüge. Anmada-Sexüge auch, dass du anmada-Sexüge verletzt. ぞ, sie haben sie immer direkt in die Anmada-Sexüge! Ich verstehe jetzt. Kannst du dir das? Was ist das? Ja, ich habe das Non-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus. Ich habe überhaupt nicht gehört. Wenn du nicht gehst, sagst dir nicht. Es ist einfach funktionier. Es ist nicht so, dass du so großartig wirst, wenn du so großartig wirst. Du hast es verstanden. Du kannst du dich erzählen. Kannst du nur noch ein paar Worte sagen? Okay. Herr Kurosawa, du kannst du nicht sehen. Hey, hey, du kannst du dich, wenn du direkt an der Verkehrsstraße geholt hast. Okay, wir sind weg. Ja, was die jetzt genau vorhaben, keine Ahnung. Ja, wir haben 1000 Roboter besiegt und die glauben, sie könnten uns aufhalten. Ist auch irgendwie dumm. Hm. Oder okay. Sie wollen da... Was? Intelligent? Wir befinden uns außerhalb der Geschäftszeit. Hinterlassen Sie eine Nachricht oder kommen Sie morgen zurück. Dann runter. Ja. Dann runter. Dann. Ja. Da drängt man zu Hause, dass das nicht mehr und nicht mehr so bleibt. Hm. Danke. Käfer 2 Ende. Okay, na dann. Ich sehe nichts. Ach, okay, die. Ich erinnere mich. Ah, die werden übel. Ach, du Scheiße. Ah, das stimmt. Ja, und um den Satz vorhin zu beenden. Man, Schinto, du Vollidiot. Na, das Heimatschutzding. Ich will hier wohl was verbergen. Und deshalb wurden die zwei Polizisten zurückgerufen. Die wollen hier was vertuschen. Nein, ist tot. Ich habe ihn getroffen. Nein, ist nicht tot. Erfugt über exzellente Aktivität. Wie gehen wir vor? Einfach töten. Das ist alles. Ah, okay, die Roboter sind auch cool. Da ist der nächste. Ah, die Shinobi-Roboter. Achtung, hinter mir. Ach, du Scheiße. Was ist los? Ja, ist recht. Feuer. Genau. Das wird schon helfen. So. Ja, es hilft. Einfach da losballern. Ja, das ist echt cool. Die Shinobi-Roboter. so ich glaube ich habe hier noch in erinnerung gehabt dass die unsichtbar sind aber okay das war ein schöner auftritt von denen ah das ist ein dübel so die wollen hier was wir tuschen der heimatschutz dings booms so was wollte ich vorhin noch sagen können wir schauen was wir erfinden werden außer munition so ich glaube da hat es zu einem roboter umgewandelt nämlich an so würde niemandem wundern bei dieser anlage hier ich hoffe es gibt hier einen aufzug ok wenn es hier nur treppen gibt dann gehe ich es ist zu ruhig hier haltet die augen offen es könnten sich feinde verstecken natürlich kaufen leute wirklich so einen hässlichen kronleuchter wie den wir müssen mit vorsicht vorgehen das war ja klar ok wie da kommt er wieder den hatten wir noch nie was für ein ding ok an den kann ich mich auch nicht erinnern der ist mir jetzt auch neu ja es funktioniert ich weiß schon immer auf das was leuchtet ballon ja hast recht keine ahnung ok an den kann ich mich null erinnern ich hab zu tun ich kann nicht hinschauen ich werde angegriffen ja toll ich konnte nicht hinschauen ich wurde angegriffen was da oder was denn was denn ich sehs nicht ich werde angegriffen ich kann nicht hinschauen was für ein scheiss wo denn wie denn was denn das da das da vielleicht ja natürlich wieder nur auf den spieler ist klar ist auch immer so kommt schiesst mach mal was ich bin nicht froh dass ich hier nicht auf schwer spiele bei dieser dummen kai so von beiden seiten auch vom gegner dass es immer noch von spieler geht wie so eine scheiss programmierung na doch es bewegt sie so schön tentakel ab ja wir bauten hier schon so ein tentakel roboter vieh das ist einfach nur what the fuck los schießt macht schon hm ok so nimm das ok nur noch eins ja und was ist jetzt hier noch nicht zerstört das da hinten gut schön das misting zuckt immer noch was jetzt hm der kärn genau wie kommen wir da ran ach du scheiße ok na dann klettern wir hoch jetzt gibt es den tentakel action los aufspringen tentakel action los na macht automatisch oder macht er das ja macht automatisch schön so ich muss nichts tun ok jetzt muss ich ach du scheiße ok ich sehe schon na so will der uns aufhalten alles klar interessant ouch ja ausweichen und das ausweichen gleichzeitig das geht zu mir und was jetzt ja was jetzt was jetzt ja moment was denn moment was denn moment was soll ich jetzt tun hallo mach dir mal was ok ok schinder fei was was ist los nicht nachlässig werden konzentrier dich ja was soll ich ja jetzt tun ok bewegt dich wieder na geht doch oh shit ok wir sind mal weg ja ja was auch immer so schnell bewegt dich bewegt dich bewegt dich bewegt dich los schnell ok kein tentakel hier das ist schön ok was soll ich da jetzt tun da ja ganz ruhig wir schaffen es schon oh shit das ist schlecht ja schnell los ich werde beballert los greif an oh wieso gehst du da hin du vollidiot ich habe nur nach unten gedrückt kommt schon würde das mal einer kaputt machen bitte wie lange braucht ihr hallo jetzt mach kaputt mach kaputt die scheiße hier oh diese KI dankeschön ja der will mich ich weiß schon ja das muss ich auch mal abwarten so ja der will mich oh das wird schaden au wie lange bleibt das denn da was auch immer da muss ich hin alles klar au ach ne nicht jetzt die haben zu lange gebraucht diese Typen ganz toll okay abspringen das war ja ganz toll schöne Zeitverschwendung ja warte ich habe hier zu tun so als Maul gut wie auch immer wie auch immer ja okay macht mal helft mir oder nein helfen wir nicht ich sage ich könnte nicht helfen ich bin alleine besser dran so okay das war jetzt echt sinnlos diese Kletterei das war echt für den Arsch das hat hier null was gebracht so das hat nichts gebracht ja der greift auch interessant an so mach mal hilf mir das ist ein besseres Partner als die anderen zwei der greift wenigstens an das ist echt schön cool oh oh da ist noch einer da war noch einer was da vorne siehst du ihn los greift die Füße an die Füße müssen weg gut das ist erledigt schön hör was ist denn hier los so der nächste der für uns arbeitet schön so kann man die auch hacken einfach Kopf weg so gut okay suche den Aufzug wollte gerade fragen was ist denn jetzt hier los aktivieren okay erst jetzt kommen sie da mit erst jetzt ist klar haben sie uns davor da unten noch ein bisschen mau mau gespielt so ja klar die ewige Warterei ja hast recht so vor allem das ist im Tuckelfieh da wie sollen wir das erledigen so geil der ist für uns so was machen wir jetzt gegen ihn so jetzt der Kopfschuss schön was machen wir jetzt gegen ihn ja sieht nicht gut aus ja sieht nicht gut aus ich hab doch immer das gleiche oh shit Kopfschuss so ja Scharfschütze das war übel so bitte drauf gehen ich muss kurz in Deckung gehen okay ich bin schon wieder geheilt komm geil ach denn so ganz toll jetzt kommt es drauf an oh shit nein ich halte du ich halte du ich halte du okay Sekunde einmal Sniper Action ho ho daneben ho getroffen schön da ist noch was okay Tentacle geh aus dem Weg bitte hm okay ich muss helfen die schaffen das nicht alleine ja und dann nerven sie rum warum ich hier so lange brauche aber jetzt mal looten so dankeschön das brauchen wir so jetzt aber schnell wir müssen helfen nöt na jetzt erst mal das da wir werden hier in die Granate geschmissen wir schmassen hier mit Granaten so nein ist verwirrt na ich bin einer und du bist keiner so dann ist er weg und stir na wie viele denn noch was wollt ihr denn hier überhaupt müssen wir da bei ihm was tun oder warum hört das hier nicht auf oh da lebt noch einer da lebt noch einer stirb bumm schön schön und ich glaube da ist ein Sniper oder okay was sollen wir tun einfach die mal platt machen oder was sollen wir tun hm keine Ahnung äh ich sehe hier nichts was wir angreifen können was sollen wir tun keine Ahnung hm ja was ist denn hier die Aufgabe oh was ist das denn auch darauf müssen wir jetzt ballern okay alles klar ich verstehe komm komm aus dem Weg okay ouch wer ist jetzt da hinten ok jetzt macht er das das ist doch interessant ah wieso macht er das keine Ahnung einfach die eigene Schwäche so sehr zeigen ist echt nett ja wo ist der nächste immer noch da hinten okay wir müssen da hin ach mal das hier so halt durch Kain lass mich durch hui so nimm das gut du 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 an den kann ich mich echt null erinnern ah wo gehst du hin da drüben ok dann erstmal geh hier weg also der hat den Kutau schiesst ich könnte nicht rumballern deswegen so einfach draufballern das ist die ganze Kunst mehr ist nicht diese Typen was machen die denn hier wer das angreifen bringt einen scheiß ok das machen die die greifen irgendwas unnötiges an das ist ja ganz toll ja nicht aufgeben wieso ballern Kain nicht drauf Kain ballert einfach nicht drauf das ist echt dumm keine Fresse diese Typen die machen hier echt gar nichts so nimm das Autsch was passiert denn hier bitte gehen sie drauf Mann ich wollte gerade zuhauen lass meinen Fuss in Ruhe ist viel zu wertvoll für dich stirb so so wieder ein bisschen geschadet schön da komm geh doch mach doch das oh shit oh shit laufen 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 hat mich im Visier schiesst da drüben muss ich hin ok so da kommen jetzt hier keine Roboter mehr das wäre schön haben wir jetzt hier mal alle besiegt ok was macht er jetzt ist da drüben ok ja was auch immer geht aus dem Weg so wo ist denn das jetzt da ah wie viel hält das scheiß Vieh aus dieser Kampf langweilt mich äh da drüben hey was soll die Scheiße denn so stirb stirb gut du 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 nicht mehr viel schön ja das höre ich doch gern das höre ich doch echt gern so wo müssen wir hin hm ich glaube das war falsch wo ist denn hier das Licht hm hier ist alles voller Licht wo ist es denn Mensch und Roboter müssen sich hier beweisen denn ah ja wirklich müssen die das hm ich habe jetzt nichts so ok da vorne muss ich hin da vorne muss ich hin du 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 ah wieder ein bisschen geschadet schön und sie bitte gehen sie weg bitte gehen sie weg ich mag sie nicht tschüss ok vielleicht soll ich mal hier voll drauf ballern vielleicht hilft das von endlich jetzt geh drauf du Stück Dreck ich glaube es ist langweilig was ist denn hier los na und das hat er damals da gebaut der kronleuchter steckt ganz schön was ein die sauerei möchte ich nicht aufräumen müssen das Tor ist auf los gehen wir ja los geht's wir können endlich weiter so die Zeitverschwendung ist vorbei ja Feuer macht sie weg ja danke immer auf die Füsse das hilft immer so machen wir alle Platz schön schön ich glaube es ist